Handläufig auch als Support bezeichnet. Ich muss ganz kurz mal was checken hier. Meine Herren, soll ich sie mit in die Stadt nehmen? Lass mich kurz drüber nachdenken. Ja, suchen sie sich aus, wenn sie mitfahren wollen, ne? Ich würd sagen, wir bevorzugen die SEK-Beamten. Ach, begeistern? Das ist sicherer. Ich hab noch was gut zu machen mit euch. Komm, steig ein, wusch, wusch, atmen. Geh bloß weg, du! Irgendwas, was auch immer du bist. Steig nie bei dir ein, hast du vergessen. Ach Robert, steig ein. Ich will hier mitfahren, direkt. Ja, passt mir gar nicht alle rein. Boah, ich fahr nicht bei der Olle mit. Ich fahr bei der Schwuchtel mit, oder? Ja, ich fahr bei der Schwuchtel mit, oder? Fliegen sie nach Kavala? Nein, ich flieg dich auch, wenn du willst. Ja, okay, perfekt, flieg ich bei ihm mit. Ich flieg bei der Schwuchtel mit. Hush, hush! Okay, ihr entscheidet, wo fahren wir mit? Wo fahren wir mit? Bei dem Medic? Los, komm, steig ein. Oder bei ihm. Absicht nicht los. Oh, oh, oh. Ob das aber mal zugelassen ist, Officers. Guck mal, was der da transportiert da oben. Bladi, vielen Dank fürs Fahrle, Bro. Was bitte? Mit mir kannst du Spaß haben. Und eine Grippe holen. Okay. Okay, alles klar. Ich flieg doch bei dem... Wie heißt ihr überhaupt, Mann? Hi, ich bin's Petra Pazzi. Guck mal hier. Hier ist mein Ausfluss. Kannst du erstmal meinen Namen merken. Und wir beide werden auch schön Spaß haben. Guck mal mit hier. Also Spaß haben werden wir nicht, aber du kannst mich gerne nach Kavala fahren, wenn du magst. Mhm. Wie geil er das spielt, wie geil er das spielt. Ja genau, genau, nach Kavala. Ja, du bist das Erste deiner Spezies, was ich hier in der Form auf Altes kennenlerne. Ja, ihr müsst zwar ein bisschen Akzeptanz haben, Mann. Oh Gott. Ja, hab ich ja nicht gesagt, dass ich das nicht habe, ne? Erstmal muss man sich erst mal dran gewöhnen, ne? Wenn jetzt hier eh ins Land muss man sich ja auch erst mal dran gewöhnen. Guck mal, ich sag dir mal auf der OP, willst du wer ich bin? Guck mal, ich sag dir mal auf der OP, wer ich bin. Auf der OP? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Du, pass mal auf. Guck mal, ne? Ich bin ne Nagelkünstlerin. Ich kann gut nageln. Werde vorbei ist, was ich meine. Du kannst gut nageln? Ja. Hab heute die mündliche Prüfung bestanden. Zweimal. Bei wem hast du denn die abgelegt? Ja, das ist ja... Meine Kunden halte ich immer privat. Das ist alles privat, ne? Weißt du, das musst du schon sehen. Ja, hier, versuch dich mal ein bisschen auf den Verkehr zu konzentrieren hier. Ah, du... Ich hab' eines. Kann gut schalten. Guck mal hier. Zack, zack. Kann ich nur alles tun, du? Jesus Christ. What the fuck?! Wie fährst du denn, Mann? Was ist los, Mäuse? Warum schreist du denn so? Ja, weil du hier fast gegen den Pfeiler fährst, Mann. Ach, Quatsch. Wo willst du denn hinstecken? Sag mal jetzt... Hier steht jetzt hier drin. Zum Autohandel. Hier rechts die Straße rein. Ah, okay, Mäuse. Warum ist es so fucking dunkel, Bros? Das ist doch nicht normal, oder? Ohne Night Vision kann ich gar nichts sehen. Ups, da hab ich mir, glaub ich, vertat, ne? Oder? Ja, ja, hier müssen wir links rein. Ah, ja. Ich brauch' keine Map, ich kenn' das auswendig hier. Ach, du bist doch aufgeregt, weil die bei mir drin sind. Ich bin nicht bei dir drin. Ich sitz' bei dir im Auto. Jo, danke fürs Fahren, ne? So. Und... Ach, übrigens nochmal. Tut mir leid, dass ich dein Rohr angefasst habe. Du weißt schon, was ich meine. Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast mein Rohr nicht angefasst. Ach so, du meinst die Waffe. Nein, das, was du hinten auf dem Rücken trägst, Mann. Ja, okay. Alles klar, ich verstehe. Du bist aber auch ein Blitz, ne? Ja, klar. Du musst einfach drüber nachdenken, was du hier quasselst, Mann. Ja. Ja.